und herzlich willkommen zur nächsten runde nähe verarscht ich nehm aufgarten ich auch alles klar let's play zusammen okay lassen wir das ist schon wieder dunkel das ist alles wieder nicht gut let's go egal komm zu mir wir können gleich so viel leder schlachten ja reicht doch erstmal wenn wir einen rucksack haben dann kann der die sachen wie holz und steine und so mitnehmen und dann schmeißt die anderen einfach immer zu erst mal hauptsache du kommst immer jetzt zu der spawnhütte na ich finde ich schon wieder hallo mr master orientierung dann mache ich mal jetzt mir einen bogen und ein paar feile 50 holz und eine sehne das kriege ich hin und du holz hast 50 also ich habe noch ein bisschen dann haben wir jetzt 100 holz genau 100 holz dann ist das kein ding das werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden war mal ein schwaches seil mehr waffen holzbogen herstellen trifft er der trifft ach guck mal ich kann ja noch einen zweiten nach da haben wir zwei bürgen dacke wo ist c stein in den schrank wird es auch noch dunkel hier es ist also es kann ich so jetzt nicht gut heißen tut mir leid vielleicht haben wir ja nochmal auf dem weg übrigens irgendwo eisen gespawnt oder so werden alle nur von der environment getötet hier killed by environment so da ist noch eine antilope vielleicht kriegen wir doch noch ein bisschen holz raus äh holz aus der antilope genau wurde von gift getötet holz und feuerstein gibt pfeil wo ist der immer lager ist voll äh muss ich aussortieren ich weiß mal feuerstein raus da haben wir eh genug von und zwei leder wie brauchten wir noch 20 wie viel hast du ähm 9 ja ach kacke ich hab 8 nochmal ganz viele pfeile aber das war schon 40 stück das ist was ich denke oder bin ich jetzt schon blind geworden auf meine alten Tage ok ich bin blind geworden kommst du nicht nach hause ach alles gut ich hab nur ich dachte gar das für eisen aber es war nur ne holzdings das so schräg lag bin aufm weg ich nehmt alles an holz mit was ich noch finde aufm weg weil das ist schnell abgebaut was du ich möchte weiß ich bescheid oh man wird kalt naja gut ums letztes mal ob es zum ende ausgereizt dann kann man das auch nochmal machen würde ich sagen kann man eigentlich holzplanken für äh verschnetzeln im holzofen weiß ich nicht warte ich hab hier noch ne geht leider nicht hey ich bin noch 50 ich bin unten noch 50 Sekunden berüchtigt das heißt wenn ich in 50 Sekunden sterbe könnte ich habe ich die Chance was zu verlieren von meinen Werkzeugen die man wenn man gekillt wird eigentlich immer bekommt so dass ich einen Speer habe ich muss jetzt aber noch ein bisschen rumknistern und hier mein Lebkuchen äh Alter das ist dein Ernstchen ja ich fress dir das ist jetzt ein Let's Eat hier Lebkuchen hmmm hmmm da stopp ich da soll ich den Shit wieder rein ja ich hab real life hunger jetzt läuft der weg ich krieg kein zu viel ich friere dann tun wir das mal hier rein ach Pascal wurde schon wieder von dem Bildschmein getötet was für ein Lappen ja das ist sehr hart ne 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 einfach nein bin gleich da ich hab auf jeden Fall also hast du schon ein Feuer gebaut wenn nicht dann brauchen bitte eins ich hab schon eins ich hab jede Menge Stakes dabei da kommst du ne und bevor das schlecht wird ja genau bevor das schlecht wird ich komm rein warte mach ich mal die Urwahrungs mit ne ich hab keinen Fall zum Momentar ha da war ja was ja 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 ich weiß so eins ich hab vier Stakes dabei gut dann haben wir auf jeden Fall schön Reiseproviant dann werde ich die Urwahrungs gleich schon mal weg snacken und dann haben wir noch das Stakes kannst du mal Holz da rein tun ins Feuer packst du den Stakes in den Schrank pack mal das Holz rein hier achso damit das verbrennt oder was mhm es wird mir warm hier mit mit Kohle guck mal hier hast ein Bogen 23 Pfeile ich brauche jetzt Eisen von dir ja ich alles gut Dankeschön für die Pfeile ich packe es mal hier rein schmeckt es also sagst du mhm ich liebe Lebkuchen ja Lebkuchen ist doch ziemlich geil das Polo habe ich auch noch gefunden oh ich habe noch einen Erdmagnet ich habe hier auch noch das da und noch eine Baumrinde die Pfeile kann ich einfach mal im Invental behalten ja ne ja musst du kannst du leider nicht mit rausziehen deswegen geh mal auf 1 alles mal rein 14 Eisen hast du boah ja sicher ich habe hier redlich was aufgenommen du war gerade offline und bin wahrscheinlich immer bei Wildschwein gespawnt leu oh dein Steak ist schon am Arsch ach kacke dann mach mal 3 guck mal die Asche da auch war absichtlich ich wollte ein bisschen Asche farmen mhm hast du mein Steak rausgenommen ja sonst kann man kein Eisen machen du hast so Hunger die ja passiert halt ne ich esse mal kurz von ja habe ich aber ich habe mal kurz die Oberonkessen von draußen und neue anbauen genau ja geil ich habe nur 2 Samen rausbekommen ach so die muss ja mit äh ich möchte jetzt bitte platzieren hier danke dem Scheiß muss man ja verbrennen ja Leute ey ich habe die anderen Türen wie sie gehabt ist auch egal ich habe halt Kohle gemacht werden neun holz reingetan oder so jetzt schlag ja lass uns raus gehen komm raus ja 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 bist du gut ich bin durch die Tür geglitscht okay ähm selbst hier kann man mit Schlag ich nicht würde ich mal sagen wir brauchen was zu essen weil das reicht nicht ich habe geschrieben war gerade offline und bin wahrscheinlich immer bei Wildschwein gespawnt hä ich habe nicht mal eins gesehen aber gut kann man die Pfeile wieder aufsagen wenn man die geschossen hat nein leider nicht okay also ich wollte gerade versuchen deine Tiere zu töten aber das ist natürlich ey komm mal zur Hütte ey die Hütte ist voll am glühen hier warte auch von draußen ich bin gleich da ja weil um die rum ist so ein Schimmer aber die Hütte selber irgendwie nicht die Hütte ist am Brennen so bauen wir erstmal nur einen Kompass ja ich habe ja schon ja dann ich wollte was sagen ich möchte auf jeden Fall noch eine Dings haben wie heißt das hier wenn das geht wir haben kein Holz mehr wie kann ich ich habe 103 Holz von dir guck mal hier ist dein Kompass ja dann pack mal ein bisschen Holz da rein damit ich die also ich Steak braten kann bevor die schlecht werden jo eins liegt schon dran ne da ist dein Kompass da 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 wo ach da cool danke schön dafür habe ich schon nur einen Penis drauf ne ne Tannenbaum ist ja Weihnachten du meinst wie sieht das anders alter ist das warm ey tje aber ich würde trotzdem gerne noch ein Dings bauen hast du noch Eisen eins ähm drei stück aber ungeschmolzen ja ich würde ich hätte gerne noch ein Dings ne bessere Spitzhacke weißt du dann geht es abbauen ein bisschen schneller ähm da kannst du ja nach deinem Fleisch machen ja 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 das achte ich jetzt mal drauf ob das nicht wieder verbrennt so ist nämlich schon gut gewesen willst du es haben? Fleisch Fleisch ich brauch nichts also ich hab Hälfte Hunger hier ja ich auch aber kannst du mal mehr haben und dann isst du noch eins und ich isst noch eins und dann ist gut ok so kurz warten bis das fertig ist na komm ich hab ja's hier und fertig ist es erstmal weg snacken dann kann das auch schon fast losgehen wo ist das andere? achso hab ich gerade gegessen wenn wir das Eisen noch haben das eine ist ja verbrannt hier liegen auch noch drei Eisen ne? das sind die ja achso gebratene Steak liegt auf dem Boden da ne? bei dir achso nein ich bin noch ein Steak am braten jetzt hab ich zwei gut wie weit ich komme mit meinem Hunger hier weg irgendwas rumstreunt steht nicht so aus oh yeah dann ja müsste ich hier revierverteidigung betreiben so ich hab gar keinen Hunger mehr wenn du gar keinen Hunger mehr hast sagt er oh yeah that was good ich hab doch die andere Tür anmessiert Wohlschutzspiel kack nub oh knubser da brauch ruhig die Pfeile die kosten ja nix die kosten auch nix Steine und na gut Feuersteine aber gut die findste zu oft ja stimmt so ne andersrum so kurz das Eisen machen hier ist ja noch ein Eisen drin hm ich weiß deswegen hab ich ja noch deswegen hab ich ja nur noch ein Eisen gefragt laufen wir mit der lol nicht schlecht ja ich krieg hier nen Hitschlag drin ja ich auch ich werd mal zielen üben ey wie kann ich denn schießen was du los rechtsklick gedrückt haben wenn du rechtsklick loslässt ähm dann äh entspannt die hat ja auf die Entfernung fast gar keinen Abfall das ist ja cool also ich könnte jetzt da dann hab ich auch genau die obere Linie also die untere wahrscheinlich ok alles klar das haben wir schon mal gelernt wie das funktioniert ja es war gewollt 3 Eisen packen wir das Dings auch raus alter ich bin fast Tode ach quatsch übertreibt man nicht ich bin auch schon bei 77 Sekunden ok so dann jetzt haben wir sogar noch 6 Eisen mach ich auf jeden Fall mal einer von den Spitzhacken ich tausche die gegen meine schlechte aus ja wunderbar unsere Hütte ist jetzt nicht die schönste und das Hütten Ding ist auch nicht so ist halt eben so rudimentär würde ich mal sagen aber AX Survival sieht das aber geiler aus richtig krass ne ja ist schon krass ja ja da würde ich fast sagen ist da drin noch was anofen oder was ja oben ist noch an aber ich hab das an alles rausgenommen ich krieg hier nen Hitzschlag alter hast recht aus man ha 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 musst du denn ausmachen sollen wir mal fahren gehen ich glaub wir sollten aufbrechen ups wir sind gut was den Hunger angeht dabei und so ist doch gut dann let's go lauf vor also ich war da in die Richtung war ich schon eigentlich überall da aber auch schon jetzt ist scheißegal jetzt können wir weiterlaufen echt wir können dann ja genau lass uns zu der Dings laufen zu der hey ne orange es geht ab lass uns zu der Dings laufen zu der ähm hier zu der Straße ähm ich überleg grad auch wenn ich ein kleines Feuerchen mitnehmen wir werden genug Dings finden ja ok genug Holz äh der ersten Tal hier hin wo bist du lang gelaufen da wo wir uns eben getroffen haben ach ich weiß ich hab ich wo du bist äh ich seh du lass uns zusammen bleiben das ist besser alles klopfen was wir wollen das ist das erste basic was man haben muss eine hütte besitzt stein kompass und das eisen wunderbar na cool hast du schon das bessere ja hab ich dann bauen wir ab wie schnell es geht die beste ich hab noch die scheiß Axt dabei die schmeiß ich mal weg ja ja ich nehm die mal die packe ich dann in irgendeine Werkbank hier war doch irgendwo noch eine Werkbank fuck oh vier Eisenerz geil war nicht hier irgendwo noch eine Werkbank ja ich weiß es nicht wo eigentlich war hier doch noch eine Werkbank haben wir die abgeholt lass uns weiterlaufen die hab ich eben abgeholt kann man die da rein tun wenn man eine haben will kann sie haben freut er sich ach guck mal hier ist noch mehr Eisen geil und eine Antilope besser wirds besser wirds echt nicht mehr äh wie viel leder hast du noch hatten wir zusammen 20 leder noch dann hätten wir einen Rucksack für dich ne 17 haben wir ich hab schon geguckt na dann guck da dann machen wir jetzt noch schnell ein paar tierchen platt ne ich hab gerade eines weggesnipert in meinem bogen und da sind jetzt haben wir 19 leder hast du grad irgendwas abgeschossen ist der Pfeil bei dir angekommen ja ok also gar nicht so schlecht gezielt nein oh das war ich sorry ich hab ich mit meinen Geräuschen verscheucht ja dann lass uns noch einen Rucksack machen dann sind wir noch effizienter dann hast du nicht die doppelte äh Kapazität Inventar ja das ist wirklich praktisch kann jeder so schick sein hier mit meinem Rucksack wie ich hier den sieht man gar nicht achso sieht man doch klar ja 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 das ist mein Name im Display gesagt muss ich rausdingsen also mein Nachnamen muss ich rausdingsen echt? ja ey doch wie der Pfeil einfach nur ein weißer Strich ist den du schießt in der Nacht äh ist äh ist das quasi wie Leuchtspurgeschosse ach Spurmemission nice oh der Berg ist aber hoch warte mal baust du was ab? ja ja du hast ne voll andere Richtung als du eigentlich abbaust das ist ja voll der Flachsinn bist du berghoch? ja ich bin jetzt ganz oben auf der Spitze also hab ich Leder? ne ich kann eigentlich gucken ob hier irgendwo Orangen sind aber hier sind keine ich ess grad eine damit sie weg ist da bist du ja ja nur schau ich bin jetzt gleich Hurt World 2 weißt du ja Teil 2 Ja, das war Teil 2, ja Wir springen kurz zwei Jahre nach vorne und dann mit der neuen CryEngine 7 Ja, cool, du kommst durch dich nicht Du musst springen und im Springen ducken, dann kommst du durch Ja Was ist denn da? Ich muss drucken mal auf SDRG, drucken muss ich auf SDRG legen, genau Loll, guck mal hier, geht an einen Ofen und eine Werkbank Cool Ja So, baue ich beides ab, vielen Dank Hehehe Und abgesnackt Erkennen da nix, der Flatware, erkennen da nix Ja Mach doch im B-Live-Store Jetzt haben wir sogar einen Ofen wo unterwegs, musst du denn mal reinziehen Wenn man den Briefkasten sieht, wo kein Zaun drumherum ist, ist es sofort seiner Wer? Was? Was machst du auch im B-Live-Store, ne? Wenn du irgendwo einen Briefkasten siehst, der nicht von einem Zaun umrundet ist, ist es deiner Hehehe Einfach so mitnehmen Einfach mit einer Nagelfeile, oh, da ist Eisen Nein, schieß nicht auf mich Ich hab das Ding erschossen dahin Ja, ja Guck, die Kokos liegt da tot Guck mal, jetzt kannst du dir mal angucken, das sind keine Antilopen, das sind echt so kleine, äh, keine Hasen, das sind echt so kleine Antilopen Wir haben genug Leder, ja, sind es wirklich, wir haben genug Leder, by the way Ähm, mit? Ja, ich hab, also mit glaub ich nicht, ich hab drei, also fünf mit, fünf hab ich mit Was bringt das, was war das, was Leben Leute, hab ich dich nicht getroffen, bei mir hab ich dich getroffen, da kam sogar Blut Links ist, links ist Eisen Da hab ich auch gesehen Bei mir kam sogar Blut, also eigentlich musst du tot sein, also tot sein, ich war verletzt Ich hab keinen Alter Pass auf, man Ich hab grad das Ding direkt geschossen Und ich bin dir durch deine Ja Ich hab einfach Vertrauen in dich Ja, das ist bei mir auf jeden Fall richtig aufgehoben Äh, ich getroffen? Der ist schon gefahren, gelaufen, bevor ich überhaupt, äh Der ist schon losgefahren gewesen, ne? Ja Da können ja Pfeiler unterwegs, man hat mal Werkbank Ich hab ja Werkbank Wir werden ich hab Polizei Wir werden ich hab Polizei Gingstarabfolge Mortal Kombat Vollkontakt Das Eisen Ja, jetzt, äh Je weiter man ins Land kommt, umso mehr kommt Eisen Und dann nächste Zone kommen ganz andere Sachen, dann hast du nicht gesehen Soll ich ein bisschen spoilern, was was später noch kommen kann und so? Klar, du kannst ein bisschen anteasern hier Antisern, also später an Gebieten Also da kommst du nur rein, wenn du so eine fette Winterjacke hast Da musst du Yetis gekillt haben Und die Yetis sind heftig Die Yetis musst du drei Headshots untereinander geben, sonst, äh, fallen die nicht um Mit was, mit nem Bogen? Mit nem Bogen Mit nem Bazooka Aber Frage ist ob, ähm, ich weiß es nicht Ich hab mal Let's Play von nem anderen Let's Player geguckt Also, Let's Play, Let's Play, lalalalala Und, äh, ja Ich weiß nicht, ob der den weiteren Bogen schon hatte Oder den Standardbogen Ja Okay, jetzt, jetzt ist das Tiere killen mal richtig easy geworden, einfach, ne? Ja, jetzt ist, äh, ich treff zwar trotzdem nicht, weil ich blöd bin Ich hab, glaub ich, noch nicht einmal daneben geschossen Du darfst, alter, da hab ich jetzt fast meine Achsen ins Gesicht gehauen, ey Aber ich hab keinen Schaden, Leute? Hast du Schaden bekommen? Ja Ich hab keinen Schaden Alles gut Glauben, das Kalkstein, denkst, wieder Guck mal, da links ist diese Felsformation, die ich meinte Links Ja, da hinten, wo ich hinguck, da ist so ein Fels, der so in nem Bogen gewachsen ist Okay Warte mal, du stehst bei mir auf einem Feld, bewegst du dich gar nicht? Äh, ne? Ach, ne, alles gut, ne, alles gut Ich mach gerade am Haustappen Und ich sehe wieder, 20 Minuten sind voll, liebe Kameraden Was ist denn hier los? Wir hauen ja auch die Folgen durch heute, du Das ist aber echt ein, also Ja, heute, die sehen das ja nacheinander Ja, ja, klar Aber, also, das geht gar im Rand und Band hier Lager ist voll, okay Äh, bei mir bugt gerade, äh, Dings, äh Du hast mal das warme Rende weg Ich brauch Platz, um was mitzunehmen Ich hoffe, ich kann auch beenden hier Wünsche euch einen schönen Tag Der deswegen unter Vertritt sagt tschüss und, äh, hau down, tschu So, tschüss